Willkommen zum Video Geldverdienen mit Apps und heute geht es mal um die App Pollplay, bezahlte Umfragen und Geldverdienen. Das Ganze läuft folgendermaßen ab, Link zu der App ist in der Beschreibung. Man hat hier verschiedene Umfragen, die man erhält und die muss man dann einfach beantworten, hat dann verschiedene Themen, zum Beispiel irgendwelche Serien, hier wie man schon sieht als Thema, oder ganz andere Themen. Wenn man die Umfragen dann beantwortet hat, erhält man Geld auf seinen Kontostamm, wie man hier sieht, hier in diesem Fall 13,56 Euro und das Ganze kann man sich dann in echtes Geld auszahlen lassen. Als Beispiel, wir haben hier zum Beispiel über Amazon kann man sich das auszahlen lassen oder halt eben über Paypal direkt aufs Konto oder halt zum Beispiel in Google Play Guthaben. Wir sehen hier auch, hier oben wird dann in der App der Kontostand angezeigt, in diesem Fall hier als Beispiel 100 Euro und das Ganze kann man sich dann auszahlen lassen. Wir haben ja auch noch einen netten Bonus und zwar, wenn man hier einen Freund einlädt, erhält man auch noch Bonus und der Freund auch noch. Und ja, es sei auf jeden Fall gesagt, das ist jetzt keine App, mit der man irgendwie reich wird und es werden hier auch nicht extrem hohe Beträge sein, die man damit verdient. Allerdings, wenn man nebenbei was machen will und gerade nichts zu tun hat und bevor man dann irgendwas Unnötiges macht, was einem nichts bringt, ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach sinnvoller, diese App hier zu nutzen, um nebenbei ein bisschen was dazu zu verdienen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.